Alkohol habe ich mal bestimmt schon so, da war ich, keine Ahnung, vielleicht so 10 oder 11 vom Bier probiert. Mal gefragt, so ey, darf ich mal probieren, was trinkst du da? Blablabla. Hi YouTube. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Leute, ich bin hier gerade mit meinem Livestream am Start. Ganz viele Grüße gehen raus und wir machen heute eine kleine Runde Eine-Frage-Go, geklaut von unsympathisch.tv. Und dann könnt ihr mir eine Frage stellen, da reden wir vielleicht kurz drüber und dann mufe ich euch wieder raus. Ja, ich hoffe, ihr habt alle eine coole Frage dabei, vielleicht gibt es interessante Themen. Ihr dürft mich natürlich auch so ein bisschen, keine Ahnung, spannende Fragen stellen, was weiß ich. Auf jeden Fall mufe ich euch einfach rein. Ich hoffe, es wird nicht so cringe. Hello X-Energy, was geht? Hi, servus. Moin Meister. Ich habe eine ganz simple Frage. Wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre alt. Gut, perfekt. Du hast gewonnen. Weiß doch jeder, oder nicht? Ja, eigentlich schon so. Ja, okay. Ich wollte immer mal nachfragen, weißt du? Okay, gut. Besser ist es. Hau rein. Wie alt bist du? Ich 16. Perfekt. Bis dann. Das wissen halt jetzt nur die Leute aus dem Stream, ne? Moin Daniel, was geht? Hallo? Hi. Eine Frage, go. So, jetzt bin ich ready. Eigentlich wollte ich leider stellen, wie wir gerade. Was wolltest du? Ja. Daniel? Hast du eine Frage? Äh, ja. Ich wollte auch fragen, wie alt du bist, aber das hatte ja schon mal den eigentlich. Ah, ach so. Okay, okay. Wie alt bist du, Daniel? Wir sehen uns, ne? Ciao. Bro, what the fuck? Ey, jeder, der jetzt fragen will, wie alt ich bin, raus, okay? Raus aus dem Channel. Einfach nur raus, bitte. Max, was geht ab, Max? Ähm, meine Frage ist, was war dein peinlichstes Erlebnis? Ich glaube, dieser Stream gerade, hier in diesem Moment. Was war dein peinliches Erlebnis? Boah, keine Ahnung. Schwierig, ne? Fällt einem nicht immer so schnell ein, ne? Hey, Max. Ja? Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Überlegt euch mal gute Fragen. Oh nein. Oh nein. Was geht, Kilian? Oh, nee. Ja, wann kommt guter Content? Keine Ahnung. Muss ja mal besser schneiden, oder? Was geht, Joel? Na? Moin. Moin, Meister. Eine Frage. Der Tag ist, wann du wieder Minecraft spielst. Wann ich wieder Minecraft spiele? Ich weiß nicht. Ich wollte schon die letzten Tage in meinem Stream Minecraft spielen. Ich glaube, im nächsten Stream. Ne, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall noch meine Hardcore-Welt zu Ende spielen. Wir haben ja noch den Wirrwärter zum Killen. Und dann würde ich gerne mal einen Stream machen, wo wir einen Speedrun versuchen in Minecraft. Was hältst du von der Idee? Okay. Wäre nice, oder? Ähm. Also, ja. Okay, ciao. Okay. Dann muven wir mal den ganz oben. Oder? Ja. Moin, moin. Was geht? Hallo? Hi. Wie heißt du? Max. Was geht, Max? Ich wollte fragen, wie alt du bist. Ich glaube, ich bin 26. Und du? Ich bin 14. Ah, perfekt. 14 hört man. Und wie brauchst du so? Ähm. Nur Arschere. Ah, perfekt. Ohne Scheiß. Habt ihr nicht mal vernünftige Fragen? Kann ja nicht wahr sein. Ihr könnt ja nicht nur trollen. Ihr könnt ja doch... Was geht, Tom? Äh. Ich will sich was gleich fragen. Krieg eine Autogrammkarte. Erstmal raus mit dem. Ganz ehrlich. Hi. Hi. Na? Na? Ähm. Meine Frage ist... Mhm. Findest du auch, dass Zeusin keck ist? Ja. Schon ein ziemlicher keck. Auf jeden Fall. Habt ihr nicht... Wir brauchen Content, weißt du? Verpennt kommt und fragt, wann es wieder guten Content gibt. Oder an sowas. Was geht, Billy? Hast du eine Frage für mich? Bitte eine gute Frage. Hallo? Billy? Hallo. Du bist muted, by the way. Hallo. Ja, okay. Billy ist nicht am Start. Dann rufen wir mal hier. Bro, die Banane. Was geht? Wann kommt schlechter Content? Ohne Scheiß. Mein Chat einfach zu unfähig. Real Talk. Ich will hier ein schönes Video mit euch aufnehmen. Eine kleine Frage-Antwort-Runde. Ne? Eine kleine, entspannte Frage-Antwort-Runde. Und an sowas. Herzlich willkommen im Video. Nicht viel, aber ich hab ne gute Frage, hoffe ich. Echt? Oh. Pause-Champ. Chat. Okay, was ist deine Frage? Was ist so grad dein Lieblingsspiel und was würdest du so empfehlen für die Corona-Zeit, was grad sehr unterhaltsam ist? Puh, okay. Schwierige Frage. Ich glaub momentan mein Lieblings-Game ist Valorant. Suchte ich grade mit am meisten. Ähm, ansonsten, wenn man so extreme Langeweile hat und viel reinsuchten will und viel Zeit hat, kann man gut WoW suchten. Ist auch ein gutes Spiel, muss ich sagen. Ansonsten, schwierig. Es gibt so ein Ding, das heißt Real-Life und ein bisschen Skaten gehen oder sowas, finde ich eigentlich somit das Beste, was man machen kann. Aber so Gaming-mäßig gibt's momentan nicht so viele Games. Was ist dein Lieblingsspiel? Im Moment GTA und Fortnite. GTA war auch schon alt, ne? Ja, leider. Ich hoffe, dass endlich mal GTA 6 rauskommt. Ja, Mann. Dann geht's ab. Absolut Langeweile ich gerade. Ja, Mann, voll. Ey, ich küsse deine Augen für die gute Frage. Endlich mal. Endlich mal was Gutes. Wir hören uns. Ehrenmann-Chat. Schau, so geht es. Es kommt jemand rein in den Chat, er stellt eine gute Frage, er bekommt eine gute Antwort von mir und dann geht er wieder raus. Und nicht, wie alt ich bin und sowas. Weißt, könnt ihr doch nicht machen. Moin Jonas, was geht? Was ist deine Frage? Hallo. Hi. Bist du bereit? Nee, eigentlich nicht. Welches Getränk trinken Firmenchefs? Firmenchefs? Ja. Keine Ahnung, Kaffee? Hörst du keine Musik? Scheiße, Mann. Leitungswasser. Ich habe verkackt. Ich habe mit mir die Musik im Hintergrund erinnert. Nein. Oh, Mann, dickes F an Jonas in den Chat. Hörst du keine Musik? Oh, Mann. Okay, okay. Jo, was geht? Kilian, auf ein neues. Auf ein neues? Okay. Wann heiratest du deine Freundin? Wann ich meine Freundin heirate? Also, wann? Gibt es schon Pläne? Nee, eigentlich nicht. Aber ich muss sie fragen, bis sie 30 ist. Weil nach 30 heiratet sie mich nicht mehr. So einen ganz kleinen Fix, das wäre schon was. Wäre schon nice, oder? Mhm. Du musstest sie nochmal überzeugen. Ich, oder? Ja, du oder der Chat. I don't know. Dauert noch ein bisschen. Ich muss überzeugen, dass ich schwanger werden soll. Ja. Oh, wahrscheinlich. Verpennt, raus jetzt. Okay, ciao. Okay, ciao. Wer schaut denn hier nach einer guten Frage aus? Aim on 360 FPS. Was geht, Bro? Was geht? Hast du eine gute Frage? Ich habe eine Frage. Also, erst mal, wie alt du bist. Ich habe zwei Fragen. Du darfst aber nur eine stellen. Okay, dann stelle ich eine Frage. Ich habe gar nicht überlegt. Ah, perfekt. Willst du noch kurz überlegen? Ja, genau. Ich wollte fragen, welchen Monitor du empfehlen kannst. Keine Ahnung, Mann. Acer Predator ist, glaube ich, ganz gut. Ja, okay, danke. Kein Problem, Bro. Viel Spaß mit 360 FPS. Danke. Ciao. Gute Frage, Chat. Ey. Wer hat eine gute Frage? Haben wir noch ein Mädchen hier oder so? Mädchen sind doch anständig. Die stellen doch nicht sehr kack Fragen. Aber nicht... Oh, warte. Wir haben hier Ding. Terence, mein Freund. Was geht? Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Terence? Terence. Terence? Sage ich doch. Was ist deine Frage? Meine Frage ist, was schwierigste am YouTube-Business? Das schwierigste am YouTube-Business? Habe ich dich richtig verstanden? Ja, ne? Terence? Ja, ist richtig. Ah, okay. Perfekt. Das schwierigste ist, glaube ich... Oh, ich weiß es nicht. Ich finde, das Schwierigste ist, glaube ich, den Content so zu betiteln und das Thumbnail so zu machen, dass Leute wirklich draufklicken. Ich finde, das ist so mit das Schwierigste. Weil an sich einen nicen Content zu machen oder halt Content zu machen, der mir gefällt, ist nicht schwer. Aber den so zu gestalten, dass die Leute wirklich draufklicken, finde ich, ist mit so das Schwierigste. Ja, und halt gute Ideen haben, viele Ideen haben. Täglich irgendwie eine Idee für ein Video zu haben, das ist auch schwierig. Sich selber so ein bisschen in den Arsch zu treten. Aber ich finde, das Schwierigste ist wirklich so diese Titel- und Thumbnail-Geschichte, dass man es halt so gestaltet. Sonst noch was, Terence? Meine Mom. Du grüßt deine Mom? Sag ihr später, dass ich ein bisschen Eistee zum Abendessen haben will, ne? Perfekt. Wir sehen uns. Wieso sagt ihr nichts? Gefühlt redet ihr alle mit Delay, ne? Ohne Scheiß. Okay, wir nehmen mal ihn hier. Yeah, 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 heißt er. Yeah, yeah, yeah. Was geht? Was geht? Alter, wie alt bist du? Ich 13. Ah, perfekt. Und, hast du eine gute Frage für mich? Ja, natürlich. Hallo? Ja, ich hör dich. Okay, okay. Was hältst du von Arschwasser-Tampons? Keine Ahnung. Benutzt du die? Ja. Brauchst du welche? Nee, bis jetzt noch keine Verwendung dafür gehabt. Okay, okay. Jellick. Ich grüße Billy Schio. Grüße genau. Sehr gut. Gibt es sowas überhaupt? I don't know, Chad. Weird, Chad. Okay, wir move'n. Da grüße, Moe Meister. Bitte, hab eine gute Frage. Bitte. Ja, ich denke, ich habe eine. Was hat Corona dir am meisten zerstört? Junge, meine Ohren. Boah. Ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel Negatives von Corona mitbekommen. Aber das Einzige, was ich mega kacke finde, ist, dass die Boulderhalle zu ist. Ja, das hat so ein bisschen für mich zerstört, dass ich halt nicht mehr bouldern kann regelmäßig oder mit Freunden mich treffen kann oder sowas. Aber ansonsten, so finanziell oder allgemein, ist es eigentlich chillig. Und bei dir? Ja, bloß, dass ich jetzt halt seit Ewigkeiten zu Hause hocke und mich mit kaum jemandem treffe. Ja, das ist schon mega kacke, auf jeden Fall. Da musst du dir zustimmen. Aber bei mir ist es irgendwie so, ich habe das Gefühl mittlerweile, dass der Chat so wie ein Treffen mit Freunden ist für mich als Streamer, wenn ich mit dem Chat rede oder so. Aber ist schon kacke, ne? Und ja, da kriegst du, ich wünsche dir was, ne? Danke. Ciao. Lass den Kopf nicht hängen. Das wird alles wieder besser. Küsst deine Augen. Mal was hoffen. Auf jeden, Bro. Auf jeden. Boah. Da kriegst du jetzt voll traurig. Ey, Bro, wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann komm auf den Discord. Chad, wir machen jetzt einen Discord-Channel auf. Ich brauche jemanden zum Reden. Und da gehen immer Leute rein, wenn jemand mit jemandem reden muss. Okay, Chad? Leute, haut alle mal ein Herz für der Krise in den Chat rein. Das wird schon wieder. Ist eine scheiß Zeit, Corona. Aber ich glaube, das wird schon wieder. Kuss, 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 kuss. Ich bin voll traurig jetzt, Chad. Ich habe voll traurig geklungen. Ich wollte jetzt auch nicht mehr fragen. Hallo, Anni. Hallo, und zwar habe ich eine Frage. Gibt es irgendeine Sportart, die du unbedingt mal ausprobieren möchtest, aber noch nie gemacht hast? Oder was mal wirklich dein größter Traum wäre, was du richtig gut können möchtest, außer Trampolin, BMX und so? Hm, gute Frage. Ich würde, glaube ich, sehr gerne mal Motocross fahren oder so. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass ich mir dann alle Knochen breche. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich würde, was ich mal so richtig gut können wollen würde, ist so, ich würde gerne mal richtig gut Gitarre spielen können. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine Sportart. Aber ansonsten so sportliches Zeug. Ich kann relativ viele sportliche Dinge ganz gut. Ich habe so ein sportliches Talent, würde ich von mir selbst behaupten. Chad hat auf mich auszulachen, bitte. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Was ist denn bei dir so? Was würdest du denn gerne sportlich können? Also dadurch, dass es bei mir in der Nähe halt nicht so ein See ist, wo man gut Wasserski oder Wakeboard fahren kann, würde ich halt gerne mehr Wakeboard lernen. Weil ich kann es zwar ein bisschen, aber ich würde auch gerne mal so über Kicker oder so drüber springen, weil das fände ich schon so ganz geil. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Wakeboard fahren will ich auch dieses Jahr im Sommer mal machen, wenn es funktioniert. Aber du bist schon selber gefahren, oder was? Ja, ich bin schon ein paar Mal gefahren, aber einmal hat es mich so hart hingegelegt. Da hatte ich eine leichte Gehirnentscheidung. Bist du gegen den Kicker gefallen oder einfach auf? Nee, noch nicht mal. Einfach volle Kanne auf den Kopf. Aufs Wasser einfach, oder wie? Ja, einfach aufs Wasser. Holy shit. Da hat es mich richtig hingehauen. Holy shit. Da war ich auch, das war vielleicht mein zweites oder drittes Mal, als ich da gefahren bin. Und, oh, nee. Aber ist mega geil. Ich muss gar nicht verstehen. Ja, ist trotzdem richtig geil. Fährst du dann auch Snowboard? Nee, das würde ich, also ich bin noch nie Ski oder Snowboard gefahren, aber das stelle ich mir auch richtig geil vor. Wenn dir Wakeboard fahren gefällt, Snowboarden ist richtig geil. Ja. Das ist einfach wie, ich stelle es mir vor wie Wakeboarden, nur dass es nicht so anstrengend ist, weil du dich nicht mit den Armen festhalten musst, sondern du fährst einfach auf den Berg hoch und fährst dann runter. Fertig. Ja. Das ist übel geil. Musst du auf jeden Fall mal machen. Ja, will ich unbedingt. Ey, Anni, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. Tschüss. Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Familie und meine Freunde. Grüße ich auch. Und bleibt alle gesund. Tschüss. Ciao. Chat mega lieb. Ganz liebe Grüße, Kind raus, Anni. Ciao. Schöne Frage. Kurz unterhalten. Gutes Gespräch. So muss es sein. Nicht so wie ihr. Wie alt bist du fix? Ich habe eine gute Frage. Ich glaube, Dynamik ist bestimmt eine schlechte Frage, aber egal, wir move ihn. Moin Meister, was geht? Was ist dein Lieblingsanime? Und wenn du ein... Hallo? Ja? Oh, sorry. Scheiße. Scheiße. Hallo? Ja, hallo, ich bin da. Ey, was geht? Was ist deine Frage? Schaust du Anime? Und wenn ja, was ist dein Lieblingsanime? Ich schaue kein Anime, aber mein Lieblingsanime ist Dragon Ball Z. Habe ich früher geschaut. Richtig gut. Nice, Mann. Was ist dein Lieblingsanime? Jojo's Resort. Kenn ich. Kenn ich. Maxi ist dein Lieblingsanime. Ah, bist du Maxi-Fan? Ja. Ich schicke dir später seine Nummer, okay? Danke. Haust du rein, Bro. Bye-bye. Ciao. Wahrscheinlich kennst du das. Ey, Chad, ich schaue überhaupt keine Anime. I'm sorry. Ich schaue gar nichts Anime-mäßiges. Ich komme nicht mal dazu, Netflix-Serien zu Ende zu gucken. Wisst ihr, wie ich meine? Uff, Alter. Hört auf, euch Ausrufe zeigen, vor euren Namen zu schreiben. Nur, dass ihr weiter oben in der Liste seid. Schaue eins absichtlich von ganz unten. Will ins Video mit Montana Black Build. Komm, wir machen Ihnen mal den Gefallen. Moin, mach ich dir, was geht. Guten Tag, guten Tag. Herzlich willkommen, Video. Meine Frage ist, was war für dich deine persönlich schlimmste Verletzung? Alter, du hast den Stream offen, ne? Meine schlimmste Verletzung war bis jetzt der Schlüsselbeinbruch, muss ich sagen. Da bin ich am längsten ausgefallen. Oh. Den auch als Video auf YouTube gibt. Hast du das Video gesehen? Ja, das habe ich gesehen, aber ich dachte, vielleicht gab es mal irgendwas anderes. Nö, ansonsten habe ich mir nur irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Schürfwunden und sowas. Bisschen kleine Fleischwunden. Das ist das typische halt. Ja, ja, das Übliche. Aber ansonsten, ich glaube, das war nicht das Schlimmste, das war nicht das Spektakulärste oder was am meisten wehgetan hat, aber das hat mich halt, da musste ich am längsten Pause machen, ne? Oh, okay. Was war deine schlimmste Verletzung? Also für mich, ich spiele Handball und ich habe mir einmal mitten im Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen. Ah. Und ja, das Problem war, das war in der 13. Minute und ich habe, sagen wir es mal so, ich habe das ganze Spiel noch durchgespielt. Ah, perfekt. Ja. Aber im Endeffekt haben wir gewonnen, hat sich gelohnt. Und ja, da war ich dann auch ziemlich lange raus. TG ist an dich auf jeden Fall im Chat auch. Fürs Team, ne? Alles, ich bin Torwart, aber wir hatten keinen zweiten Torwart. Da muss man alles geben. Krass. Ja, Handball-Torwart ist schon, hast du auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Das ist schon brutal, ne? Ja, das ist wirklich brutal. Also manchmal kommt so ein Typ, so ein zwei Meter Protz, freit wie sonst was auf dich zu, springt in den Kreis rein und schießt dann voll in die Fresse. Also sowas bei mir mal. Und das dreimal in einem Spiel. Bester Mann, würde ich sagen. Erstmal den Torwart ausschalten und dann rein. Wie hat das so einen Ball in die Eier bekommen? Ja, ich habe Schoner, aber trotzdem ohne die Schoner würde ich jetzt keine Kinder mehr kriegen. Oh, shit. Aber auch mit Schoner tut es weh, ne? Ja, da bringen Schoner auch, bringen was, aber tut trotzdem weh. Egal, alles fürs Team. Alles fürs Team, genau. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ne? Danke dir auch, schönes Team noch. Danke, danke. Mach's gut. Korrekt. Ehrenmann, weißt du? Ehrenmann, gute Frage. Perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen noch zwei Leute und dann war es das. Meine Frage ist, wann hast du angefangen zu kiffen oder Alkohol zu trinken? Oh, angefangen klingt so, als ob ich voll der Kiffer wäre und als ob ich jeden Tag saufen würde. Ja, so halt. Wann ich es das erste Mal probiert habe? Ja. Ich glaube, Alkohol habe ich mal bestimmt schon so, da war ich, keine Ahnung, vielleicht so zehn oder elf, da habe ich bestimmt mal von meinem Vater so ein Bier probiert, mal gefragt, so ey, darf ich mal probieren, was trinkst du da, bla bla. Aber so das erste Mal richtig Alkohol getrunken, dass ich halt so mehrere Bierchen getrunken habe und so, da war ich vielleicht so 14, glaube ich, vielleicht auch 13. Ich bin mir nicht ganz sicher und ich habe das erste Mal gekifft, ich glaube mit 16 oder sowas. Aber ja, keine Ahnung, es war schon ziemlich früh, aber es war jetzt nicht so, dass ich das, dass ich dann regelmäßig gesoffen habe und regelmäßig was gekifft habe oder so. Wie schaut es bei dir aus? Nur manchmal. Ah, nur manchmal. Perfekt. Okay, sag ich noch jemanden grüßen? Klar, Bro. Ich grüße meine Oma. Grüße gehen raus. Wie heißt die? Äh, Anna. Grüße gehen raus an Oma Anna. Okay, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Bro, glaubst du doch nicht selber, dass deine Oma Anna ist, Alter? Oh Mann, Alter. Ey, Chad und alle, die das auf YouTube sehen, lass euch Zeit mit irgendwas trinken. Ihr müsst nicht kämpfen. Ihr müsst nichts trinken. Ihr müsst auch noch keinen Sex haben oder so. Lass euch damit einfach Zeit. Kuss, kuss, kuss. Hi. Meine Frage ist, was ist das erste Spiel, was du gespielt hast? Das allererste Spiel, was ich jemals gespielt habe? Ja. Ich glaube Tetris auf dem Gameboy. Und das erste PC-Spiel, was ich gespielt habe, war, ich glaube, Siedler. Okay. Was war dein erstes Spiel, was du gespielt hast? Boah, früher mit meinem Vater World of Warcraft. Geil, Mann. Und jetzt nicht mehr? Nee, nicht mehr so. Grüße gehen raus an deinen Vater. Ja, ja. Also, wir hören uns. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Lass da ein Like und ein Abo da. Und kann auf Twitch. Twitch.tv slash fix. Ciao. Ciao. Perfekt. Ey, war gut. Kann man so nehmen. Ich küsse deine Augen, Bro. Ich küsse deine Augen, Bro. Ich küsse mein Augen, Bro. Mit einem coolen Augen, Bro. Ich küsse deine Augen, Bro. Ich küsse deine Augen, Bro.